Heute sprechen wir über 5 extrem fortgeschrittene Methoden, die dich auf das nächste Level bringen werden. Willkommen zurück Abiturleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Trauma Abiturschnitt. Und heute gibt es von mir 5 extrem fortgeschrittene Methoden, die dich auf das nächste Level bringen werden. Ja, das wird jetzt keine Standardsachen im Sinne von streng dich mehr an oder sonst irgendwas, sondern wirklich Dinge, die ich aktuell nach 4 Jahren auf diesem Weg, Persönlichkeitsentwicklung, eine bessere Version von sich selbst werden und so weiter, auf dem ich jetzt bin, was ich jetzt nach all dieser Zeit jetzt gerade auf meinem Niveau selbst konstant für mich umsetze. Deswegen pass bitte unbedingt auf, es ist sehr entscheidend und das geht wirklich in die Tiefe und kann extrem stark dein persönliches Leben transformieren. Deswegen, starte mit dir direkt rein. Der allererste Punkt ist Consistent True Meditation. Ja, das bedeutet, dass du wirklich jeden Tag in aller Ernsthaftigkeit meditierst. Und genau an diesem Punkt trennt sich jetzt nämlich schon die Spreu vom Weizen. Weil, es gibt jetzt im Prinzip 3 Möglichkeiten, wie du darauf reagiert hast. Erstens, du hast noch nie meditiert und denkst dir, was zum Teufel ist Meditation? Dann schau dir einfach hier rechts oben das Video, wo wir das Ganze erklärt haben, an, wo ich erkläre, wie Meditation funktioniert. Zweitens, du meditierst schon und dachtest dir gerade, oh ja, immer wieder dieses Meditieren, ja komm, habe ich schon mal ausprobiert, aber so wichtig ist es gar nicht oder so wichtig hat es gar nicht und ich wusste gar nicht genau, was ich dabei machen soll. Dann spreche ich gerade damit genau jetzt dich an, weil was du da schaffen musst, ist in die dritte Phase zu kommen. Und zwar, dass du verstehst, wie unheimlich wichtig es ist. Wisst ihr, es geht dabei nicht darum, dass du weißt, was Meditation ist oder dass du denkst, dass du weißt, was Meditation ist oder dass du es mal gemacht hast oder dass du es mal ausprobiert hast, sondern es geht darum, dass du es jeden einzelnen Tag mit allerhöchster Priorität machst. Das ist so wie Ernährung. Es bringt dir nichts zu wissen, dass man sich ausgewogen ernähren sollte. Die wahre Frage ist, ernährst du dich jeden Tag ausgewogen? Und da reicht es auch nicht mal, sich drei Tage ausgewogen ernährt zu haben und dann wieder nur Pizza zu essen. Every single day. Und entweder du machst es oder du machst es nicht. Das ist vollkommen deine Entscheidung. Nur denkt man gerade dann, wenn man denkt, oh, ich bin schon fortgeschritten oder so, dass man auf einmal diese Basic-Sachen nicht mehr braucht. Aber das ist vollkommen der Schwachsinn. Meditation ist ungelogen die allerwichtigste Sache. Und du wirst das nicht verstehen und mir nicht glauben, solange du das nicht konstant machst. Deswegen da an dem Punkt, bitte einfach machen. Zweitens, Transformation Time. Ihr merkt schon, die meisten Begriffe sind auf Englisch, einfach weil ich diese Wörter so viel mehr fühle und deswegen habe ich es so genannt. Transformation Time bedeutet im Prinzip, dass du, da ist es auch sehr gut, wenn du grundsätzlich meditierst, weil es dir wesentlich stärker helfen wird, dich da reinzufühlen. Und zwar bedeutet Transformation Time einfach, dass du dir die Zeit nimmst, dich selbst als Körper und Gedankensystem zu transformieren. Und dabei geht es gar nicht darum, dass du irgendwas bewusst machst. Es bedeutet einfach nur, dass du spürst, wie du dich weiterentwickelst. Das bedeutet, wie mache ich das zum Beispiel konkret? Heute Morgen zum Beispiel, ja, bin ich laufen gegangen durch den Park und ich hatte halt meine Laufsachen an, ja, vielleicht den Löwenhudi, den kennt ja manche von euch aus Instagram, leo-eckel, wer mir da folgen möchte. Und normalerweise, ich bin ja eigentlich immer ohne Musik gelaufen und natürlich, wenn man sich manchmal so pushen will, hört man so Beast-Mode-Musik, ne? So motivierende Sachen halt. Mittlerweile höre ich aber ganz, ganz oft, wie nennt sich das denn, epische Musik, ich bin mir gar nicht sicher, aber ich höre schon halt so ein bisschen diese Elektro, aber nicht so, sondern wirklich immer so dieses Epische, ja? Wisst ihr, was ich meine? Wie, was ihr auch so, keine Ahnung, inspirierenden Filmszenen und so weiter kennt. Ja, sowas in die Richtung. Und was ich dabei dann mache, ist einfach nur, ich spüre einfach nur, wie ich mich weiterentwickele, ja? Also ich laufe dann gerne, das klingt echt crazy vielleicht, deswegen auch extrem fortgeschrittene Methoden, das heißt wirklich nur für die, die sich da auch wirklich drauf einlassen können, aber ich laufe wirklich mit ausgebreiteten Armen, grinsend, der Sonne entgegen lachend, teils mit geschlossenen Augen, laufe einfach lang und spüre einfach, wie ich mich weiterentwickele. Und das mag jetzt erstmal total, keine Ahnung, esoterisch, spooky, whatever klingen, aber ich verspreche euch, dass wenn ihr an einem gewissen Punkt in eurer Entwicklung angekommen seid, das die allerwichtigste Sache sein wird. Weil du kannst dich mit Anstrengung und ich will besser werden und blablabla, kannst du dich bis zu einem gewissen Punkt pushen, aber dann bleibst du irgendwann stecken, weil du merkst, damn it, ich bin gar keine Maschine, ja? Du merkst dann irgendwann, verdammt, ich komme hier nicht weiter, das ist so wie, als wird quasi der Asphalt immer härter und du versuchst immer fester gegenzuschlagen. Das funktioniert überhaupt nicht. Was du tust, ist einfach, du lässt los. Und das ist die Sache, die glaube ich auch ganz, ganz viele von euch aktuell brauchen. Dass anstatt immer noch einen Ticken härter zu pushen, immer noch ein Prozent, zehn Prozent mehr geben zu wollen, wirklich einfach mal, und diese Transformation Time bringt euch gerade dann etwas, wenn ihr ohnehin schon sehr gut unterwegs seid, viel Gas gebt und einfach nur merkt, es wird langsam hart, ja? Dann versucht wirklich mal, noch mehr zu sein, anstatt immer nur noch mehr zu machen. Und das wird einen riesigen Unterschied in eurem Leben machen. Drittens, Full Feeling. Einige von euch kennen ja vielleicht die Methode der Visualisierung, das bedeutet, du schließt einfach die Augen und stellst dir irgendwie eine schöne Szene in deinem Leben vor oder irgendwo ein Ziel, wo du hin möchtest. Und das macht auch schon super Sinn, empfehle ich auch immer wieder unseren Coaching-Teilnehmern. Aber was da noch eine fortgeschrittene oder noch weitergedachte Form davon ist, ist wirklich Full Feeling. Also, du versuchst das Ganze nicht nur auf den Sinn des Sehens, sondern wirklich auch auf das ganze Empfinden deines Körpers zu übertragen. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel sagst, nehmen wir es in eurem Fall, ihr möchtet einfach in einen Zustand kommen, wo ihr einfach mit Spaß, mit Leidenschaft und auch mit Freude sehr gute Noten schreibt, damit ihr dann euren Traumabiturschnitt erreicht, um dann euer Traumstudium studieren zu können. Dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, wie ihr auf dem Abi-Ball steht und, boah, der ist so geil, da da da. Aber ihr seht es nur. Das Entscheidende ist aber, dass ihr es vor allem auch fühlt. Und zwar, dass ihr eben nicht fühlt, weil das machen viele bei der Visualisierung. Also, es ist nicht falsch, macht schon Sinn, aber das, was ich euch jetzt erzähle, ist halt noch ein bisschen weitergedacht. Bei der Visualisierung stellt man sich meistens das Ziel vor. Ja, boah, ich stelle mir vor, das schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich. Aber dann bist du nur zielorientiert und du vergisst, was du tun musst, um dorthin zu kommen. Und bei Full Feeling geht es darum, dass du dich in den idealen Zustand komplett hineinfühlst, in dem du sein möchtest, mit dem du dann garantiert dein Ziel erreichst. Ja, das bedeutet, du gehst wirklich in den Tief rein und anstatt dir vorzustellen, boah, ich bin am Abi-Ball, du bist so krass und geil und da da da, was ist was ganz anderes. Du versetzt dich tief in dich selbst hinein, wie du dich fühlen müsstest, damit du jeden Tag konstant mit Spaß deine Hausaufgaben machst, dich im Unterricht meldest, Lust darauf hast, die Dinge zu verstehen, einfach auch in der Prüfung konzentriert zu sein, deine Sachen abzurufen. Und ihr versucht euch quasi auf Gefühlsebene in den Zustand zu versetzen, der garantiert dafür sorgen wird, dass ihr dahin kommt, wo ihr hinkommen möchtet. Und das ist eine komplett neue Perspektive, die richtig viel verändern wird. Viertens, Exzellenz in allem. Wie du eine Sache machst, machst du alle Dinge. Und gerade dann, wenn die Schule, sage ich mal sehr, na, ich habe keinen Bock mehr, dann machen wir Dinge halb. Ja, wir hören früher auf, machen es nicht so gründlich und so weiter. Und wir denken, dass wir uns das dadurch erleichtern. Wir denken, oh, wenn ich da ein bisschen weniger mache, ein bisschen unsauberer arbeite, bin ich ja schneller fertig, dann ist das ja entspannter. Aber das ist vollkommener Schwachsinn. Eigentlich machst du es dir nur schwerer, weil du hast zwar Zeit reingesteckt, aber du hast eigentlich überhaupt nichts gelernt. Und was ich zum Beispiel für mich mache, mittlerweile, ich mache weniger, aber die Dinge, die ich tue, mache ich extrem gut. Und sobald du diese Herangehensweise, diese Philosophie von Exzellent in allem annimmst, wirst du viel sauberer arbeiten. Und du hast das Gefühl, du hast überhaupt keinen Stress mehr, aber gleichzeitig extrem exzellente Ergebnisse. Und das ist einfach so eine geile Sache, deswegen probiert das auch unbedingt aus. Aber das braucht auch definitiv Zeit. Dann fünftens eine tiefe, liebevolle Verbindung zu dir selbst. Ganz, ganz oft, wenn es darum geht, wie werde ich krasser, schneller, besser, bessere Noten, was auch immer, dann denken wir nur pushen, 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 und so das, was wir jetzt sind, ist noch nicht gut genug, wir müssen noch höher, bababab. Aber auch das ist Bullshit. Weil das funktioniert nur bis zu einem gewissen Grad. Ab irgendeinem Zeitpunkt, das ist ein bisschen wie auch die Verbindung mit Transformation Time, ihr merkt schon das alles auch so, alles interconnected, sag ich mal. Ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt reicht das einfach nicht mehr. Ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt musst du dich tief mit dir selbst verbinden, dich selbst wirklich lieben, um überhaupt aufs nächste Level zu kommen. Weil durch das Pushen wirst du irgendwann eben diese Asphaltgrenze erreichen, wo einfach, da geht es ja nicht mehr höher. Es geht nur höher, wenn du einen Schritt zurück gehst, wieder aus der Tiefe von dir selbst herauskommst und dich dann fast schon vollkommen neue Realität bringst. Nicht im Sinne von, dass sich im Äußeren irgendwas ändert, sondern einfach von der Art und Weise, wie du denkst und wie du fühlst. Und das schaffst du eben nur, wenn du wieder tief mit dir selbst connectest, in dir drin, anstatt immer nur im Außen nicht zu orientieren, oh, was sind meine Noten, wie sehe ich aus, und deswegen auch da unbedingt Selbstliebe praktizieren und nur so könnt ihr wirklich auch ehrlich aufs nächste Level kommen. In diesem Sinne, denk dran, ich glaube an dich, wir beide hören uns im nächsten Video. Dein Leben. I wanna know, what the fuck is a team? Nobody gonna work harder than me, especially if it's my dream. I can't let none of these looks intervene, no, my city's blessings I can't even see, praying that I get to breathe, yeah.